Die Folgen 22 bis 25 von Let's Play Minecraft Staffel 2 sind nur in 240p, da ich bei der Aufnahme was verhauen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, und jetzt heiß erstmal ausfüllen. Wir machen uns erstmal hier so ein bisschen Raum. Zwei Blöcke weit in die Richtung machen wir erstmal. Zwei Bröcke vielleicht. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Das war nicht wirklich verdreht oder vertauscht, das war bloß Blödsinn. Ja, ja. Steine wegkloppen. Ist schon spannend. Und nach da bitte auch noch. Halala. Spannend, spannend, spannend. Ich komme noch Einverspannung. Ist Wahnsinn. So. Also Lagerraum will ich fertig kriegen, bevor Minecraft durch ein anderes Let's Play vorübergehend ersetzt wird. Da werden sich übrigens immer kürzere Projekte mit Minecraft abwechseln, denke ich. Kürzere Projekte. Die sind auch gut. Die sind kurzweilig. Weil kurz. Hahaha. Lustig. Äh, ja. Wie auch immer. Nicht mit mir, Stein. Nicht mit mir. Nicht gegen Superan. War nah und seine Superaxt. Äh, Spitzhackel. Spitzhackel. Nicht Axt. So. Dann haben wir gleich nächstes kleinen Grundraum freigelegt. So, dass wir uns ein bisschen bewegen können. Aber natürlich brauchen wir... Machen wir den Aufstieg aus Stein oder Holz. Wir wollen Raum will ich aus Holz haben. Aber den Aufstieg kann man aus Stein auch genauso gut machen. Äh, wir setzen erstmal Erde hin. Dass wir uns wenigstens mit den Leitern hochstapeln können. Äh, ich meine, dass wir hochstapeln können. Wie müsst ihr es tun? So. Auf in die Höhe. Momentan muss es halt mal Erde sein. Was soll's. Äh. Ich habe jetzt wieder eine Mücke auf meine Hand gesetzt. Aber sie hat mich nicht erwischt. Aha. Ich bin unnückbar. Und stechbar bin ich. So. Äh. Hat genau gereicht. Ich habe die richtige Anzahl Leitern gemacht. Genau 30. Okay. So. Und was brauchen wir? Wir brauchen Stein und wir brauchen Kohle. Wir haben kaum noch Kohle, ne? Ne. Kaum noch. Jetzt schmelzen wir erstmal Stein ein. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Die Hälfte. Und die Hälfte. Was machen wir in der Zeit? Wir können unten weiter den Raum aushöhlen. La 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 la. La 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 la. Und so. Ja komm. Jetzt hier. Jetzt sind wir da. In welche Richtung machen wir den Raum? Ich denke mal am meisten Sinn gäbe in die Richtung. Dann mal los, ne? Das würde jetzt, glaube ich, keinen großen Spaß machen. So weit, machen wir den Raum erst mal. Äh, Moment mal. Kurz mal gewusstet und Teil der Aufnahme gesichert. Ich bin jetzt da ganz vorsichtig nach den letzten paar Pannen, was das angeht. Bis wir hier das unten freigelegt haben, was wir jetzt freilegen wollen, sind oben die Steine auch fertig geputzelt. Denke ich, hoffe ich, mit dem sollten wir natürlich nicht falsch bauen. Weilwegen, die sind ja, wenn man es abbaut, wieder Cobblestones und dann haben wir Kohle verschwendet. Und das wäre blöd. Also gleich richtig setzen. Ist wichtig. Und das weg. 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 Zum Glück ist da nicht mehr Kies auf der Höhe. Also noch drüber. Das wäre furchtbar. Ich hasse es, Kies abzubauen, wenn einer so runterfällt. Genau wie Sand. Furchtbar. Schlimm. So. Jetzt noch da oben. Die Achse ist, die Spitzhack ist auch gleich wieder am Poppes. Naja. Nächstes haben wir dann schon viel Stein, den wir bei Gelegenheit erwenden könnten. Und haben wir es unten ausgehüllt. Und oben wird dann auch der Cobblestone durchgebrannt sein. Mit meiner Freundin ist er durchgebrannt. Voll lustiges Wortspiel. Wahnsinn. Ich glaub's ja gar nicht. So. 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 Und so. Ja. Spannend. Toll. Ach, was soll's. Ah, geht schneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 5. Ja, voll witzig, ne? Voll die krasse Wendung. Ah. Maustaste, äh, Pfeiltaste durchdrücken bis zum Anstart, bis sie unten aus dem Holz des Tisches wieder rauskommt. Roar. Kraftaufwand für Sliderklettern. In Minecraft. Äh, noch nicht alles durch. Naja. Braucht anscheinend lange. Naja. Was soll's. Wir haben immerhin, wieviel Stück? 38. Naja. Sollte reichen, glaub ich. Könnte sogar reichen. Na komm. Äh, da geht's runter. Das heißt, ich brauch, äh... Da. Da. So. War das jetzt richtig? War das richtig? Äh, hier auf jeden Fall. Ja, das war richtig schön. Und da. Yay. Und... Da. Jetzt ist es richtig. Ey, hier muss es weg. Ja, dauert lange. Egal. Da muss auch Stein hin. Böse Erde. So. Und hier muss noch was hin. Und, äh... Da muss die Erde weg. Da muss noch eine Leiter weg, da kann ich mich hinstellen. So, das geht schon besser. Da auch. Ja. Da auch. Nein. So, und weg mit der Erde. Böse Erde. Böse Erde. Und da bitte wieder dran. Und, äh... Leiter. Ja. Danke. Hat mich auch gefreut. Und hier hoch. Schon haben wir einen Ausstieg aus, äh, bzw. Abstieg nur aus Stein. Ist doch schön. Fast alles fertig. Eins noch. Das schaffst du mit Laub an die. Ekloppertikum. Super gemacht hast du dies. So. Und wieder runter. Wir sollten alle naselang mal eine Fackel einfügen. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dauer meine eine. Damit hier nicht so wahnsinnig dunkel ist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Aber mit Ordnung. Nicht planlos. Und dort bitte. Äh, das wieder. Äh, ich muss da hoch. So. Und bitte eine Fackel. Danke. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und eine Fackel. Und hier unten ist dann schon der Raum. Passt. Warte mal was gucken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ah, nicht ganz. Haha. Ich dachte, es geht vielleicht so auf. Tut's aber nicht. Das muss noch weg. Genau. Hier lagen eh Gegenstände unten. Das heißt, die mussten so oder so runter. Und so schnell baut man mal so einen kleinen Abstieg und all sowas. Ja, ja. Das geht schon ganz schnell eigentlich, wenn man es genau nimmt. Hm. Danke für den Tief. Gut. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Hier unten will ich aber auch gern so ein bisschen Zeug haben. Sowas wie eine Werkbank. Zum Beispiel. Ach du komisches Dingsmückenvieh. So. Und dann nehme ich noch, äh, gern zwei Öfen. Hm. Einfach so, dass man das hier unten hat. Und eine Krempelkiste, die wirklich nur für Krempel ist. Wenn wir jetzt nichts einordnen wollen. So. Nur mal schnell ablegen. Das kommt dann alles da rein. So. Jetzt will ich natürlich noch Schilder machen. So. Wie geht das nochmal? Ähm. Wie geht nochmal Schilder? Ähm. So. Ja. So. 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 Oh. Nicht mehr genug Platz. Naja. Dann hängen wir schon mal eins auf. So. Äh. Moment. Geht das so? Krempel. Äh. Äh. Küst. Äh. Genau. Passt doch. Und so ähnliche Sachen. Äh. Alles mögliche. Äh. Passt super. Ganz toll. Fantastisch. Ich freu' mich. Äh ... Mammammammammammammammammammammammammammammammamm. Dann können wir erst ... Mal ... Wir müssen ja jetzt nicht für jeden Block einzeln eine Kiste haben. Sondern für Kategorien. Oder so. Erstmal legen wir überhaupt die Kisten aus, würde ich sagen. Ordnen können wir später immer noch. Wir ordnen es dann einfach so, während wir Dingens, äh, hier, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ja, das wisst ihr doch. Ah, das war ich sogar nicht erwähnt. Nein, also, während wir halt Sachen reinlegen, fangen wir an, es zu ordnen. Dann kommt da das rein und da das rein. Okay, da setzen wir ein Schild hin, dass das da drin ist, und so weiter. Da haben wir hier erstmal eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Auskleiden können wir nachher immer noch, aber nicht jetzt. Erstmal soll das hier reichen, so als Lagerraum. Reicht locker für den Anfang. Natürlich müssen hier Fackeln rein. So, 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 so. So, 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 äh, so und so. Genau. Ja, und doch sicher noch Steine, oder? Ja. Das heißt, wir können das genauso gut erst mal mit Stein alles machen, dass es nicht so unordentlich aussieht, als... Ich habe hier die Kiezer verliegen gelassen, was ja auch der Fall ist, aber das sagt mir einfach keinem... Das war versehen. Das war keine Absicht. So, und da noch... Noch... ...irgendwas im Hals, furchtbar. Komme ich da irgendwie ran? Nein. Äh, musst du kurz weg. Macht ja nix, äh, weg hier und weg hier. Ich brauche euch alle nicht. Ich hasse euch. Komisch, naja. Gut, und die Kiste bräuchte ich hier wieder, dankeschön, und die setze ich dann auch da gleich wieder hin. Oh, da drunter. Na, das ist gut. Na komm. Gut, und wieder hin. Sonst alles okay hier, ne? Joa, passt. Jetzt haben wir schon mal einen fertigen Lagerraum, wo wir noch Schilder hin müssen, was wo reingehört. Äh, wir könnten ehrlich gesagt auch von oben gerade mal alles runterordnen. Das machen wir jetzt noch. Und so. Und so. Wir nehmen mal alles mit, was so gerade da ist. Und so. Und so.